Was bedeutet wirklich gesund zu sein? Und das ist nicht nur die materialistische Ebene, sondern das ist diese energetische, spirituelle, geistige Ebene. Und das kam, als ich das Thema nochmal so eingeladen habe, ganz, ganz krass auf den Tisch. Und in der Kongressvorbereitung haben wir wirklich mit zwei Speakern zusammen, die ich in den ersten Kongressen kennengelernt habe, ein so geniales Online-Produkt entwickelt seit Juni, in den letzten drei Monaten, was im Prinzip diese spirituelle Seite, diese geistige Seite der Transformation von Krankheiten zum Gesundheitsbewusstsein innerhalb hat. Und das ist so besonders. Und komischerweise kommt das genau mit diesem Fülle-Kongress in die Welt. Und das war für mich so verblüffend. Und ich habe einfach gemerkt, wie wichtig das ist, diese spirituelle Seite anzuschauen und diese Schwingungserhöhung, die es mit sich bringt, einfach in die Welt zu bringen. Und das ist so einzigartig. Und was meint wirklich Menschsein? Nämlich das zu lösen, diesen Widerspruch zu gehorchen oder sich ausnutzen zu lassen oder machen, was andere einem sagen. Oder selbst wirklich für sich zu schauen im Inneren und auch mit dem höheren Selbst zu kommunizieren, was es wirklich für mich war, was ist meine Essenz in dieser Welt, was soll ich für mich leben und was soll ich im Prinzip in diese Welt bringen. Und das ist für mich Spiritualität, diesen Austausch zu führen. Wow, mega schön erklärt, weil es ist für mich auch sozusagen dieses Anbinden, so diese Verbindung wieder spüren und dann aus der heraus zu handeln, egal, was das Umfeld dann letztlich sagt, also sich immer mehr darin zu üben, ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern eben auch einfach diesen Ausdruck von sich zuzulassen. Es ist ja Liebe auch wieder, irgendwo zuzulassen. Ich habe halt gemerkt, wie stark das mich transformiert hat und mir geholfen hat, meine eigenen Themen, meine eigenen, ich weiß ja, wir hatten im letzten Interview darüber gesprochen, dass ich auch in der Kindheit viele chronische Erkrankungen hatte. Ja, diese eigenen, schweren Erkrankungen nochmal wirklich die Blockaden, die energetischen Blockaden daraus nochmal wirklich ausleiten konnte und die Medikamente dazu ausleiten konnte, weil ich habe da viele Medikamente nehmen müssen, bis Morphium als Kind schon, weil ich so einen starken Schmerzen hatte durch die Migräne, starken Migräne-Antaggen. Und das nochmal so auf dieser spirituellen Ebene zu heilen, Das hat nochmal eine ganz, ganz neue Dimension, die mir so als klassische Heilpraktikerin und als Betriebswirtin im materialistischen Bereich gar nicht so den Zugang hatte. Dass diese Schwingungserhöhung, dieses feinstoffliche Durchdringen der Themen auf allen Ebenen im Körper, also sowohl geistig, wenn ich jetzt Mind nehme, ja, oder Körper, aber auch energetisch, aber auch dieses spirituelle Transformation und diese geistige Transformation, wenn ich jetzt den Spirit betrachte. Und diese gesamten Ebenen mitzunehmen in die Heilung, das ist für mich nochmal eine ganz, ganz neue Möglichkeit in dieser Kooperation, also mit Maria und mir. Es ist wirklich, wirklich magisch. Es ist so großartig, was wir da geschaffen haben. Also da bin ich selbst, ich habe das gestern zu Ende gemacht, diesen Online-Kurs, einfach nochmal schön beschrieben, alle Module, wo ich dann denke, wow, wie ist das entstanden, so aus dem Momentum raus. Gerade bei Kindern ist es total wichtig, dass sie in ihrer Natürlichkeit bestehen, also unterstützt werden in ihrer Anbindung, in ihrer spirituellen Anbindung. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, als Eltern oder als Großeltern, da auch die Kinder darin zu unterstützen, dass sie diese Göttlichkeit einfach behalten, erhalten, diese Verbindung. Ja, weil wenn im Prinzip die Kinder in Fürsorge, in Sicherheit aufwachsen, dann sind ihre Immunkräfte, ihre Selbstheilungskräfte viel, viel größer. Ein Wesen, was in der Verbindung mit dem Universum, mit der Erde, mit der Quelle aufwächst, ist lebendig, ist voller Kraft. Da können sich nicht Viren und Parasiten und Schmarotze ansetzen, weil diese Lebendigkeit ist so schade. Weil bei Kindern in der Entwicklung haben die verschiedene Lebensaufgaben zu bewältigen. Und mit der Zusammenarbeit mit Maria und Felix Idris Baric, habe ich einfach auch nochmal gelernt oder ist mir bewusst geworden, um nochmal dieses Bewusstmachen zu sehen, dass wir durch die Sachen, die uns im Leben passieren, durch die Konflikte, Lebensaufgaben gespiegelt bekommen. Und oft sind diese Lebensaufgaben, wenn man diesen Spiegel nicht so versteht, das zu transformieren, zu lösen, kommen Krankheiten ins Leben, die eine bestimmte Botschaft für uns haben. Und dann ist es wieder dran, dann wird der Spiegel immer klarer. Dann kann ich nicht mehr so umgehen, so umschiffen. Und dann ist es wirklich wichtig, diese Krankheit mal anzuschauen. Was ist da dahinter, die Botschaft? Und da hat die Maria und der Felix ein ganz, ganz wunderbares Kartenset, ein spirituelles Heilkartenset entwickelt. Und ich habe dir da vorne schon mal so ein bisschen gezeigt, das sind wunderschöne, magisch von Maria gestaltete Karten. Ja? Okay. Wow. Und das ist sozusagen die Grundlage für unsere Arbeit, zu erkennen, welche Themen stecken denn hinter diesen Konflikten, hinter diesen Krankheiten, die uns wie ein Film sozusagen, wie ein Spiegel vor die Nase gehalten wären. Und das ist nicht nur bei Kindern so, das ist im Erwachsenenalter so und das war in den letzten drei Jahren so, ja. Und wichtig ist für uns, dass wir das nicht wegmachen wollen, ja. Wir haben Angst. Wir gucken uns nicht etwa die Angst an, was dahinter steckt, sondern wir sagen, welche medizinische Maßnahme gibt es jetzt gerade, dass ich das wegmachen kann? Ich will das nicht haben, es soll weg. Es ist aber so, dass ich, wenn man was wegmachen will, sich das Thema nur verhärtet, ja. Es wird wie, es friert sich wie ein in das System, in unser System, in unser Energiesystem. Und dadurch bekommen wir Krankheiten, neue Krankheiten, andere Krankheiten. Nehmen wir nur mal an, das kennt jeder, die kleine Zecke, ja. Wieder so das Gefühl, irgendwie zu funktionieren und irgendwas machen zu müssen, was gar nicht aus dem Inneren herauskommt, ja. Und es ist auch diese große Angst, die dahinter steckt, ja. Und das Thema widerspiegelt die Borreliose, ja. Diese Angst anzugucken, die einfach entsteht vor dieser Borreliose. Und dann ist es oft so, wenn die Krankheit kommt, wird sie unterdrückt mit Medikamenten. Und das Thema dahinter wird nicht angeschaut, nicht die Angst davor, nicht die Angst davor, seine eigenen Interessen, ja, durchzusetzen, sondern es wird einfach wieder unterdrückt. Und dadurch, ja, verhärtet sich das immer mehr. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung wäre zu gucken, warum habe ich diese Angst, ja. Sich einfach diese richtigen Fragen zu stellen. Warum habe ich diese Angst und was steckt wirklich dahinter? Wo fühle ich mich ausgenutzt? Warum kann ich nicht meinen eigenen Weg gehen, ja. Welche Ängste stehen dahinter? Es ist die Angst, nicht geliebt zu werden. Es ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Ja, es steht, es steckt immer ein Thema dahinter. Diese Sicherheit, die man eigentlich sich dahinter wünscht, ja. Auf anderen Ebenen zu suchen und sein eigenes System zu stärken, damit es nicht, ja, ausgenutzt werden kann von diesen Bakterien, von diesen Borrelien. Das ist ja ein Schmarotzertum, das ist ja eine Symbiose, die ernährt sich ja von uns. Es ist ja auch ein Ausgenutztsein. Warum lässt das meinen Körper unbewusst zu? Warum funktioniert meine eigene Immunabwehr da nicht? Wo bin ich geschwächt? In welchen Teilen lasse ich mich schwächen? Wo habe ich meine Anbindung verloren? Natürlich, was steckt hinter diesem Gedanken? Welches Trauma, welches Blockade, welches will auch nochmal durchfühlt und angeschaut werden? Und dann einfach einfache Klopftechniken. Hier, ich nehme immer so Mittelfinger und Dauben. Und dass ich da einfach hier, wenn ich nochmal das Techenthema werde, dieses Ausgenutztwerden. Ich bin so wütend, dass mich mein Vater immer ausnutzt. Ich bin so wütend auf meinen Vater. Und dann immer hier, das sind die Nierenpunkte auf Nierenmeridian, die Punkte Beziehung. Ja, da kann man sehr, sehr gut diese Blockaden, auch diese zwischenmännlichen Blockaden, weil du hast mich auch nochmal zu dem Thema Beziehung gesprochen. Und das sind im Prinzip die Beziehungspunkte hier, die Schlüsselbeinpunkte. Sieht man das gut hier, wenn ich das so mache? Hier unterm Schlüsselbein einfach. Da kann man wirklich diese Wut, diesen Ärger jetzt ausgenutzt zu wehren oder diesen Ärger, nicht sein eigenes Ding machen zu dürfen. Oder diesen Ärger, immer schuldig zu sein. Alles, was da so hochkommt, da kommt auch immer mehr hoch. Und das kann man schön fühlen, weil das will mal gefühlt werden. Und dann löst es sich ganz von alleine auf. Ja.